Ich möchte mit diesem Video ein Statement setzen für das Handwerk, für unseren Beruf als Tischler und Schreiner. Ich selbst bin seit 2002 Tischlermeister. Ich habe diesen Beruf gelernt und blühe in diesem Beruf hervorragend auf. Mittlerweile haben wir uns dahin entwickelt, dass wir uns Wohlfühlberater nennen. Wir wollen unsere Kunden dahin bedienen, dass wir das gesamte Spektrum des Berufes abdecken können. Das heißt vom Möbelbau über Treppen, über Zimmertüren, über Fenster, über Betten, über Möbel, alles was man aus Holz machen kann, das ist uns wichtig. Die Profis sind heute gefragt, weil Handwerk hat goldenen Boden und Handwerker und Profis, richtige Leute, die ihren Beruf kennen und können, die fehlen überall am Markt. Ich will euch den Mut machen, dass wir euch ausbilden können, ebenfalls zu solchen Profis. Dass wir euch den Beruf zeigen können und dass wir euch die Handwerksschritte, die dazu gehören, um das Ganze richtig zu machen, dass wir euch die an die Hand geben können. Ich lade euch ein, gerne euch auch bei uns den Betrieb einmal anzusehen. Ich würde mich freuen, dass ihr die dreijährige Ausbildung, wenn ihr Spaß an dem Ganzen habt, hier bei uns absolviert. Denn was wir am Markt brauchen, sind Profis, die für Kundendossen die Kundenwünsche erfüllen, damit wir Wohlfühltischler zur Verfügung haben, um das Gesamtbild des Wohlfühlberaters auch dementsprechend hinzubekommen. Ich lade euch ein, uns eine Bewerbung zu schicken. Ich freue mich drauf. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!